Schalke 04 hat einen neuen Trainer. Kees van Wanderen heißt der gute Mann und kommt aus den Niederlanden. Welche Mannschaften er bisher trainiert hat, was Schalke von ihm zu erwarten hat und alles Wichtige zum Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Heute bei Inside Schalke. 19.04 Inside Schalke Ein Podcast der Wattes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Schalke. Eine neue Folge und ein neuer Trainer, über den wir natürlich sprechen werden, so wie über das Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Wir, das sind Schalke-Reporter Andi Ernst. Glück auf. Und Schalke-Reporter Robin Haag. Glück auf, hallo. Und meine Meinung ist Sinan Schalt von der Watteskirchen und die 19.04 starten jetzt. Ich sagte es gerade schon vorweg, Schalke hat einen neuen Trainer. Ehrats ist Geschichte. Der neue Mann aus den Niederlanden heißt Kees van Wanderen. Ist wer genau, Andi? Ja, also das ist ein Name, der uns, glaube ich, alle überrascht. Und ich denke mal, den wenigsten Schalkern und auch den wenigsten Zusehern, wenn ihr ehrlich seid, haben den schon mal gehört. Kees van Wanderen, 55 Jahre alt. Ich stelle ihn mal kurz vor, weil vielleicht werden auch viele Zuseher den noch nicht kennen. 55 Jahre alt, war ein Abwehrspieler, ein Verteidiger, der es bis in die Elftal geschafft hat, fünf Länderspiele gemacht hat und hat den Großteil seiner aktiven Karriere bei Feynord Rotterdam verbracht. Er ist dann Trainer geworden und war erst ganz lange Co- und Jugendtrainer, unter anderem beim FC Twente. Und da hat er Juri Mölder kennengelernt. Das ist so eine Art Klammer, die man auch nennen kann. Denn Juri Mölder ist ja Aufsichtsrat auf Schalke. Und dann war er sehr erfolgreich im niederländischen Fußballverband, hat die U17 zum Europameistertitel geführt und ist dann doch vergleichsweise spät, erst nach 13 Jahren als Trainer, ist er dann noch wirklich Cheftrainer geworden, hat die Go-Ahead-Eagles in die Eredivisie geführt und war zuletzt zwei Jahre beim SC Heerenfehn, eine Mannschaft, die zweimal im Mittelfeld der Tabelle gelandet ist. Habe ich was vergessen? Für Schalke ganz wichtig, er hat Dortmund einmal sehr geärgert. Ich glaube, sein größter Erfolg als Spieler, UEFA Cup Sieg mit Feynord, im Finale gegen Dortmund gewonnen. Er hat 90 Minuten gespielt, also das schon mal Dortmund schlagen kann er. Das ist in der Tat auch ein Fakt, der mir sofort im Kopf geblieben ist, als ich es gestern Abend gelesen habe. Denn die Info sickerte ja schon während des Spiels immer mehr durch. Schon vor dem Spiel gingen auch zwischen uns ja die Nachrichten hin und her. Denn es waberte das Gerücht im Stadion, der neue Trainer, also die Entscheidung ist gefallen. Möglicherweise ist er sogar im Stadion. Und wie sich das abgespielt hat, das erklären unsere beiden Reporter beim... Ja, auf den Skype-Kameras war es denn auch irgendwann nicht zu sehen, sondern nur auf den Fotografen-Kameras. Der Trainer war im Stadion, hat in der Loge gesessen, neben Christina Ruhl-Hammers und auch mit dem Pressechef Marc Siegmann. Ja, ob das die Schalke so geplant haben, mag ich zu bezweifeln. Die wollten den Trainer ja eigentlich nicht in den Fokus während des Spiels rücken, so kam es während des Spiels schon raus. Und es gab im Vorfeld auch Verwirrung, ob er im Stadion ist oder nicht. Manche Verantwortlichen wussten da vielleicht gar nicht Bescheid. Das war ein bisschen ein Kuriosum, nenne ich es mal. Die Spieler wussten es definitiv nicht. Also die haben ihn erst am Sonntagmorgen kennengelernt. Aber es ging ja, wie gesagt, es ging ja so ein bisschen hin und her, auch zwischen Presse und Verein im Stadion noch. Ja, wer ist er denn? Ist er denn jetzt hier, so wie vor einem Jahr Karel Gerrath schon beim Berlin-Spiel? Andi, was hast du damit erlebt? Ja, ich möchte dem, was Robin gesagt hat, eigentlich nicht so viel hinzufügen, dass es ein bisschen Verwirrung gab, auch für uns. Die Meldung, als sie dann rauskam, es konnte ja niemand mehr bestreiten. Also ganz ehrlich, der sitzt in der Vorstandsloge. Das ist ein neuer Trainer. Der Name war sehr schnell bekannt. Und wir hatten die Bestätigung auch relativ schnell, dass er es ist. Und dementsprechend kam dann auch irgendwann die Bestätigung, dass Gees van Wonderen der neue Schalke-Trainer sein wird. Ich habe da noch in der Tat, zumindest in der ersten Halbzeit, nicht so viel von dem Spiel sehen können, weil ich natürlich die Meldung für unsere Online-Portale aufbereiten musste, aufbereitet habe. Könnt ihr dann auch nachlesen auf watz.de. Ja, und so ist so der Ablauf gewesen. Alles so eine Achterbahn der Gefühle. So ist er da, ist er nicht da. Was sagt die Chefetage, was sagt sie nicht. Ist er es, ist er es nicht. Und ja, das hatten wir dann doch bestätigt. Was dabei auch irgendwo ein bisschen verwunderlich ist, ist weder, dass die Spieler das ja auch aus den Medien erfahren haben müssen. Also die werden es ja... Ja, ja, in der Tat. Also zumindest... Die wussten es vorm Spiel auf jeden Fall nicht. Und nach dem Spiel dann erst so, ja, ich habe es auch gehört, ich habe es auch gelesen, wurden es dann in der Mixturen auch gesagt. Ja, zumindest kennen dann Karamann und Ron Scheinberg, die dann bei den Sky-Kollegen nach dem Spiel im Interview waren, wurden auch auf den neuen Coach angesprochen. Und standen da erstmal ein bisschen verdutzt, weil sie noch von gar nichts wussten. Naja, es gibt nur einen Spieler, den kannte, Robin hatte ihn dann im Gespräch noch. Also in der Kabine ist es dann wohl, haben sich die Spieler dann scheinbar darüber ausgetauscht und haben dann gemerkt, dass Derry Merkin den neuen Mann ein bisschen kennt. Er ist jahrlang in Holland gespielt, bei Wohlendamm und gegen Go Ahead Eagles mit Van Wonderen gespielt. Und der hat dann uns ein bisschen erzählt, wie der neue Trainer tickt. Also was er so gehört hat von Leuten und was er so in Erinnerung hat. Und er setzt auf ein 4-3-3 meistens, klassisch holländisch, mit offensiven Außenverteidigern. Er legt wohl Wert darauf, von hinten aufzubauen. Also Fußball spielen, nicht nur zerstören. Ja, und das können wir vielleicht auch auf Schalke erwarten. Wir sind gespannt. Ich glaube, morgen wird er offiziell vorgestellt, erste Einheit. Da werden wir dann sicher erste Eindrücke bekommen. So oder so, das Experiment Ben Manger bekommt jetzt vorläufig den finalen Punkt gewissermaßen. Ben Manger konnte den Kader umbauen im Sommer und wir haben lange und oft darüber gesprochen. War mit dem Trainer nicht ganz zufrieden. Jetzt hat er seinen Coach und jetzt muss Ben Manger, der Coach und die Mannschaft abnehmen. Ja, also ich habe gestern noch einen Kommentar geschrieben, könnt ihr auch nachlesen bei waz.de, wo ich das als Mut und Risiko zugleich bezeichnet habe. Natürlich kann das gut gehen. Kies van Wonderen hat sehr lange mit Talenten gearbeitet. Und das steht ja auch im Mittelpunkt dieser Arbeit, Talententwicklung, die Kaderwertentwicklung. Er hat die U17, U18, der Elftal, wie ich gerade gesagt habe, trainiert. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, die damals diesen Titel gewonnen hat, im Finale gegen Spanien, glaube ich, nach Elfmeterschießen. Da sind schon einige Jungs richtig was geworden. Also Gravenberg zum Beispiel. Das ist schon gut. Das kann also gut gehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Risiko, weil wie bei Karre Gerratz hast du einen Trainer, der noch nie im Ausland gearbeitet hat, der noch nicht so lange Cheftrainer ist, der als Muttersprache nicht Deutsch spricht. Er kann fließend Deutsch, aber es ist nicht seine Muttersprache. Und der sich eben an einen Verein der Größe des FC Schalke 04 noch gewöhnen muss, weil er als Trainer eben noch nicht bei so einem großen Verein gearbeitet hat. Das kann natürlich auch alles gut gehen, aber ich finde, das sind schon vier Argumente, warum es halt riskant ist. Und ich habe mich auch mit e-ländischen Journalisten unterhalten, die dankenswerterweise am Sonntag auch mit mir bereit waren zu sprechen. Und die haben auch gesagt, das ist eine gute Wahl. Der war halt in Holland kein Überfliegertrainer, sonst hätte er sicherlich irgendwann mal Angebote von Ajax oder Fainaut oder PSV gehabt. Aber der braucht Zeit. Und wenn Schalke eins nie hat, Zeit. Also riskant ist jede Entscheidung auf Schalke immer. Das ist irgendwie so ein bisschen systemimmanent gewissermaßen. Aber eine große Überraschung ist es am Ende des Tages ja nicht, dass es ein Trainer geworden ist, der jetzt keine ellenlange Karriere vorzuweisen hat. Das meinte ich gerade ja mit dem Experiment Ben Manger. Ja, es muss ja schon jetzt auch ein Coach sein, der der Spielidee und der Talententwicklungsidee von Ben Manger auch folgt. Ja, also wir haben auch gestern mal darüber gesprochen, Anja und ich, dass der neue Trainer ja schon ins Profil passen würde. Also wichtig war, dass er Deutsch spricht, das passt jetzt. Er gilt als Talenteentwickler. Wir haben ja seine Laufbahn aufgezeigt mit U17, EM-Titel und was auch immer. Ja, und diese holländische Kultur, deutsche Kultur ist auch nicht so verschieden. Und auch sein Spielsystem, wenn er wirklich auf 4-3-3 setzen wird, passt auch zum Kader. Also wir haben genug Flügelspieler im Schalker-Kader. Es gibt eine Viererkette, die Außenverteidiger können hochstehen. Also es passt von der Formation, vom Spielmaterial müsste es ganz gut passen. Deshalb spricht vieles dafür, dass es jetzt keinen riesen Komplettumbruch geben muss, damit er funktioniert, sondern das könnte auch so passen. Wir haben jetzt über Talente gesprochen, über Talententwicklungen. Wir haben darüber geredet, dass der neue Coach gestern auch schon da war, um sich selber ein Bild zu machen. Ich möchte euch beide gerne nochmal fragen, Interimscoach Fimpel hat zwei Talente reingeschmissen. Jetzt zweimal mit Max Grüger und Taylan Bullut, die mir persönlich in beiden Spielen echt gut gefallen haben. Gestern sogar nochmal einen Tacken besser als im Münster-Spiel. Die im jeweiligen Duo, Grüger mit Schallenberg, Bullut mit Kalasch, glaube ich, sich echt gut entwickeln und Schalke helfen können. Also die Frage würde ich an Robin weitergeben, weil Robin ein bisschen mehr vor allen Dingen in der ersten Halbzeit vom Spiel gesehen hat, als ich, als sie mich mit dem Trainer auseinandergesetzt hat, mit dem neuen. Also ich muss sagen, ich fand Max Grüger in Münster ein bisschen stärker als jetzt gestern. Aber auch sehr solide Leistung wieder, also auch von Loulou, der, fand ich, besser war, wie du sagst, als in Münster. Er ist extrem unaufgeregt am Ball, was auffällt. Und im Spielaufbau auch gut, er hat diesen einen super Pass auf Derry Merkin geschlagen, wo Merkin dann eins gegangen ist, auf den Torwart zu läuft und es eigentlich perfekt macht und den Ball dann einen Millimeter am Tor vorbei chippt. Das ist halt ein Abwehrspieler. Aber der First Touch war atemberaubend, muss man schon sagen. Ja, ich finde super, dass Fimpel die beide reingeworfen hat, die haben beide geliefert und es ist nicht einfach. Die Situation war schwierig. Schalke hat in einer kleinen Krise gesteckt und trotzdem ein Bullhut ist 18, ein Grüger ist 19. Ja, also was, was kann man nur den Hut ziehen, dass beide so gut gemacht haben, so souverän gemacht haben und man hat es gesehen, es sind Optionen für den neuen Trainer. Ja, und gerade wenn man bedenkt, was, wen Bullhut alles in der Verteidigung verdrängt hat in der Innenverteidigung. Es gäbe Leute wie Kaminski, Cissé, Wasinski, Philippe Sanchofer gestern erkältet, aber hat ja auch vergangene Woche nicht gespielt wegen Bullhut. Also die hat er alle hinter sich gelassen, obwohl in der Innenverteidigung eigentlich alle fit sind, spielt Bullhut. Und das ist bezeichnend. Und da muss man auch mal ein Fragezeichen hinter die Entscheidung von Karre Gerrath setzen, dass er wirklich nicht auf die beiden gesetzt hat, die es ja wirklich können. Und dass der Schalker Weg sein soll, der Schalker Weg, den Ben Manga vorgegeben hat, Talente zu bringen. Und das hat er nicht gemacht. Und da muss man halt mal ein Fragezeichen. Beachtlich ist aber natürlich, dass der Trainer jetzt die Elgat-Talente bringt und nicht die Manga-Talente. Also das sind ja selbst herangezüchtete. Das ist ein guter Punkt. Ein anderer, der gestern wieder, ja gewissermaßen wieder zurück zu Schalke gekommen ist, wieder das erste Mal seit Ewigkeiten gespielt hat, war Lino Tempelmann. Ja. Jetzt nicht sehr auffällig. Er hat jetzt auch nicht die längste Zeit zu spielen, aber in den Minuten, in denen er gespielt hat, hat er schon Gas gegeben. Auch nicht überragend. Auch ein Spieler, den Ben Manga zwar nicht geholt hat, aber der, wenn er an seine früheren Leistungen anknüpft, Schalker helfen. Ja, auf jeden Fall. Er hat gestern auch erstmals wieder gesprochen in der Mixtzone. Den neuen Look, wie die Schalker-Fans alle gesehen haben. Die langen Haare sind Geschichte. Sieht deutlich jünger aus. Aber er sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr durchtrainiert aus. Das merkt man schon. Also er meint auch, körperlich ist er extrem fit, so fit vielleicht noch nie. Und er fühlt sich gut, will nochmal angreifen. Natürlich hat ihn das alles nicht kalt gelassen. Er hat die Nummer 10 weggenommen bekommen, spielst du mit der 27. Das gefällt ja keinem Spieler. Aber ich denke auch, dass Tempelmann, neuer Trainer, neuer Angriff, er da vielleicht sogar eine wichtige Rolle einnehmen könnte. Zumindest eine gute Option darstellt. Passt auch ins 4-3-System. Also da kann er sicherlich auch seine Rolle finden. Genau, 6er, 8er, 10er kann er irgendwo alles. Also ich denke auch von ihm, er wird jetzt regelmäßiger zum Einsatz kommen. Gut, wir sind quasi schon mitten im Spiel von gestern. Das möchte ich natürlich nicht einfach so oder vom Samstagabend vielmehr. Ich möchte das nicht einfach so abhaken und drüber hinweg gehen. Denn das 2-2 ist am Ende, dieses Unentschieden ist am Ende, naja, weder Fisch noch Fleisch so richtig. Das war ein Spiel, wo es wieder auf und ab ging. Gerät es erst im Rückstand, drehst es dann und dann drohst du sogar noch das Spiel aus der Hand zu geben, weil die zweite Halbzeit war echt schwach. Robin, kannst du einmal von vorne bis hinten aufrollen, was da nicht geklappt und was du auch gut gefunden hast? Also ich fand auffällig, dass das Aufbauspiel von Schalke diesmal nicht gut war. Es gab viele, viele Fehler im Aufbau, die man so nicht gewohnt ist. Also Hekerin mit dem Ball am Fuß irgendwo unsicher. Auch beim Tor sah er schlecht aus, wenn wir gleich nochmal drauf kommen. Er hat allgemein keinen guten Eindruck gemacht. Und vielleicht hat er sich von diesem Gegentor verunsichern lassen und dann auch komische Bälle gespielt. Thomas Callas war auch teilweise unaufmerksam, hatte gute Aktionen, aber auch einige wirklich schlechte Aktionen. Ja, und wenn hinten schon so Fehler passieren, dann geht es hier oft nach vorne auch nicht sehr gut. Das war ein Knackpunkt, weshalb Schalke dann auch viel zugelassen hat. Auch Merkin, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, sah bei dem 0-1 nicht gut aus. Gerät schlagt zweimal ins Leere. Ja, aber man muss schon sagen, offensiv hat es ja ganz gut funktioniert. Also, es war eine gute Kombination dabei, so wie man sie vielleicht in der Saison kaum gesehen hat, diesen Doppelpass von Younes und Karamann vor dem 1-0. Der war wirklich gut, der Schuss war überragend. Also, vielleicht das beste Tor der letzten Jahre, letzten Monate zumindest auf Schalke. Tusche sprach bei Sky von einem erotischen Tor in dem Zusammenhang. Wir sind fast mittendrin im Spieler des Spiels auch, so wie Robin das gerade macht. Ja, zumal, genau so wie Robin das macht, sind wir beim Spieler des Spiels fast. Und da sind wir in unterschiedlicher Meinung, auch bei der Bewertung der Spieler, die du gerade genannt hast, sind wir etwas unterschiedlicher Meinung. Wer ist denn dein? Ich würde sagen, Tobi Mohr ist mein Spieler des Spiels. Er hat als Rechtsverteidiger gespielt, für ihn eine eigentlich sehr undankbare Position. Trotzdem wieder sehr solide Leistung, Tor gemacht. Also, man sieht halt, was Selbstvertrauen alles so mit einem Spieler bewirken kann. Also, er ist selbstbewusst und selbst diese widrigen Bedingungen, hinten rechts zu spielen, macht ihm eigentlich nichts aus, er macht trotzdem ein gutes Spiel und schießt das zwischenzeitliche 2-1. Da kann man auch wieder nur über den Hut ziehen. Also, Tobi Mohr. Tobi Mohr hat ein gutes Spiel gemacht, aber... Es ist irgendwie langweilig, aber für mich Kenan Karamann, Spieler des Spiels, also nach dem Tor gibt es für mich fast keine andere Wahl. Und er ist der entscheidende Mann in dieser Mannschaft. Ich wünsche Schalke, dass er alle 34 Spiele macht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Mannschaft ohne Kenan Karamann im Ansatz, in der Offensive so funktioniert, auch wenn er mal zwischendurch nicht so gut gespielt hat. Deswegen Kenan Karamann. Ja, wie wichtig Karamann für Schalke ist, das steht, glaube ich, aus der Frage. Mein Spieler des Spiels ist aber trotzdem Derry John Merkin, der bei dem Gegentor zwar in der Tat nicht gut aussieht und sich da innerhalb von zwei Sekunden zweimal Börse nass machen lässt, aber vorne links unheimlich gewirbelt hat und mit ein bisschen Glück sogar noch sein Tor macht. Grundsätzlich viel gelaufen auf der Schiene. Deswegen bei mir diesmal Derry John Merkin. Ja, Merkin fand ich wirklich auch nicht schlecht. Er hat auch in meiner Einzelkritik die Nutsche 3 bekommen. Können natürlich auch nachlesen bei Watz.de. Also es gibt deutlich schlechtere als Merkin. Wie gesagt, schlecht gestartet, aber dann sehr, sehr gesteigert. Was er ehrlicherweise auch gesagt hat hinterher, dass die Vorlage auf Tobias Mohr, dass er Tobias Mohr nicht gesehen hat. Da war er sehr ehrlich in der Mixzone. Er hat nur den Ball einfach mit voller Power reingewemmst in den Stoff. Weil er sagte, irgendwo steht da ein Bein und der Ball geht dann schon rein und zum Glück stand er halt Tobias Mohr. Da war er sehr ehrlich. Ja gut, aber in einer gut sortierten Offensive steht auch einer vor Ort, also einer am ersten Foss, einer am zweiten Foss, also ein bisschen Aufteilung muss er sein. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Einen kleinen Widerspruch möchte ich dir noch geben in Sachen Thomas Kalasch. Und ich weiß, was du meinst, in der ersten Halbzeit hat er hier und da in der Tat ein bisschen gewackelt. Dafür fand ich ihn in der zweiten Halbzeit umso stärker, wo er gefühlt sich in jeden Ball geworfen hat und auch viele Bälle tatsächlich geblockt hat. Und ich glaube, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, da Tyler Mulut auch ein ordentlicher Mentor ist. Ja, stimmt schon. Also der hat auch gute Aktionen gehabt, auf jeden Fall. Also kurz nach der Halbzeit einen guten Block und zwei-, dreimal Kopfballduelle gut gewonnen. Also es war natürlich auch nicht alles schlecht bei Thomas Kalasch. Wo ich aber komplett auf deiner Seite bin, Jetzt kommt dein Lieblingsthema. Nein, es ist kein Lieblingsthema. Vor einer Woche hast du es auch schon aufgemacht. Ja, ich habe es aufgemacht, weil es ist mir in den vergangenen Wochen schon aufgefallen, dass Justin Hekerin zunehmend unsicherer wird. Und gestern hatte ich das Gefühl, bestätigt worden zu sein. Aber das ist nicht mein Lieblingsthema, weil ich Justin aus der Mannschaft reden will. Ich bitte dich. Trotzdem glaube ich, dass mit dem neuen Coach und den Leistungen der letzten Wochen von Torben Hoffmann sehr wahrscheinlich bald Einsatzzeiten kriegen dürfte. Ich möchte dann doch dagegen halten, dass ich das vor einer Woche ein bisschen übertrieben fand, weil Justin Hekerin einfach noch kein Gegentor verschuldet hat bis dahin und vor allen Dingen im Spielaufbau wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat. Das war was völlig anderes als in den vergangenen Jahren, dass du einen Torwart hinten drin hattest, der auch wirklich mit dem Ball umgehen kann, der hoch steht und hast du dann einfach keine Angst, dass da irgendwas anbrennen könnte, obwohl er schon die ein oder andere Unsicherheit dabei hatte. Ja, er ist auch mal an der Flanke vorbeigesprungen. Ja, aber es war okay, ihn im Tor zu lassen. Aber jetzt ist er natürlich, es ist immer sehr plakativ vom Verlierer dieses Spiels zu sprechen. Aber wir haben es gestern auf der Tribüne so diskutiert, es war schon der ungünstigste Zeitpunkt, das ungünstigste Spiel, um unsicher zu sein und um ein Gegentor dann doch so zu verschulden wie das 0 zu 1. Ich denke auch, dass Ron Torben Hoffmann jetzt, ganz gute Chancen hat, vielleicht sogar nach der Länderspielpause dann im Tor zu stehen. Also der neue Trainer wird bei 0-0 starten, also der wird sich beide heute angucken. Hoffmann, ja, wird jetzt Morgenluft schnuppern, wie man so schön sagt und Hekerin nach diesem Fehler, ja, das wird er schon mitnehmen. Er wird genau wissen, oh oh, wird jetzt unter Beobachtung stehen und da könnte die Wahl dann für Hoffmann auswahlen, ich vermute es fast, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mal, im Spiel gegen Aarau, dann sind wir bei der Länderspielpause, die jetzt ansteht. Das erste Mal sitzt der Kies van Wonderen in einem Freundschaftsspiel auf der Bank in der Schweiz und da kann ich mir schon vorstellen, dass Torben Hoffmann da schon mal eine Chance kriegt, weil er auch keine Spielpraxis hat und da muss man einfach mal sehen, wie es dann am Ende ausgeht. Das werden wir sehen. Ich möchte aber noch mal kurz ins Spiel zurück. Eine Szene, die beschäftigt mich und ich glaube, viele Fans dann doch auch noch nachhaltig, weil sie am Ende des Tages ja auch spielentscheidend waren, nämlich die Elfmeterszene. Ihr konntet mit den Spielern auch in der Mixzone noch darüber sprechen. Meine Meinung ist, also zugegeben, ich brauchte auch ein paar Zeit, aber meine Meinung ist, dass das Einsteigen von Schallenberg niemals ein Elfmeter ist. Es kann aber gut sein, dass Karamann vorher, ich glaube Niederlechner war es, vorher böse in die Wade tritt und das vielleicht ein Elfer gewesen hätte sein können. Aber das, was am Ende gepfiffen wurde, war kein Elfer. Warum wurde das nicht zurückgenommen? Also die Schalker waren sich ja einig, sowohl Kinnan Karamann als Kapitän und auch Ron Schallenberg als Verursacher, dass es kein Elfmeter war. Die haben da keinen V-Spiel gesehen. Schallenberg sagt aber auch, er hat den Herthaner schon irgendwie berührt. Und ich finde, wegen dieser Berührung, also er grätscht da rein, ist es nicht die klare Fehlentscheidung, die dazu führt, dass der Elfmeter zwangsweise zurückgenommen werden muss. Daher bin ich eher beim Schiedsrichter tatsächlich und sage, da kann sich jetzt Schalker nicht so beklagen. Hertha hat ein bisschen Glück gehabt, die Tatsachenentscheidung aber für Hertha gesprochen, was im Endeffekt dann den Ausschlag gibt. Glasklar war die Fehlentscheidung einfach nicht. Also ich glaube auch, wenn der Schiedsrichter Tom Bauer den Elfmeter nicht gepfiffen hätte und der Videoassistent sich gemeldet hätte, hätte er dann keinen Elfmeter gepfiffen, weil das auch nämlich keine klare Fehlentscheidung gewesen wäre. Und ja, Pech für Schallenberg zum zweiten Mal in dieser Saison, nachdem er in Nürnberg zu Unrecht vom Platz geflogen ist. Pech für Schalke, das hätte er dann vielleicht, obwohl er das Tor sich zu diesem Zeitpunkt abgezeichnet hatte. Trotzdem fehlen auch da dann möglicherweise zwei Punkte. Das ist Pech. Also Schalke braucht definitiv mehr Stabilität in der Defensive und vor allen Dingen mal über 90 Minuten und nicht nur eine Halbzeit. Ob sie das beim nächsten Spiel am 19. Oktober, Samstag, 13 Uhr in Hannover schaffen werden, ob der neue Coach das schon bis dahin mehr Stabilität reinbringen wird, werden wir sehen. Ich danke euch recht herzlich. Gerne. Und Andi ist natürlich auch in Aarau dabei, muss man auch betonen. Andi reist von uns in die Schweiz und schaut sich den Kracher an. Alles dazu dann wie immer auf what's.de. Tschüss und Glück auf. Hat eine schöne Woche. Glück auf. 1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf what's.de. Slash Sport. Dann verpasst ihrまぁ Informationen? Aber wir sehen uns انten die Flügel aus. Vielen Dank.